Hallo und herzlich willkommen hier bei Jack1477. Es geht weiter. Es geht weiter mit unserem Supermarkt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ob wir reich werden oder arm bleiben oder sonstiges. Das finden wir jetzt raus. Aber erst muss ich niesen. Okay. Ich wollte jetzt noch einmal was gucken. Wir haben Licht. Ich wollte jetzt hier als erstes gucken. Anpassung. Okay. Einstellen. Ich wollte das erstmal hier alles durchgucken. Also die Produktlizenz haben. Wachstum. Wie kaufen Sie diesen Abschnitt in Ihrem Supermarkt? Uiuiuiui. Okay. Also den Namen kann man jetzt anscheinend noch nicht ändern. Oder vielleicht auch gar nicht. Wer weiß. Was wir jetzt tun werden, ist den Tag beenden. Zack. Ich muss bestimmt die andere Enter-Taste. Zufriedene Kunden. 19 Produkte nicht gefunden. Ist nicht wahr. Fanden die Produkte zu teuer. 3. Zu wenig Wechselgeld. Einer. Mal hin. Gut haben. Plus 66. Insgesamt der Pro... Uh. Minus haben wir gemacht. Ach. Wegen den Erweiterungskosten. Ja. Gut. Okay. Nächsten Tag starten. Okay. Dann geht das ja mal weiter hier. So. Als erstes ein Regal kaufen kann ich noch nicht. Uns fehlen jetzt Nudeln und Öl. Kaufen wir doch mal hier. Ein bisschen was. Äh. Und zwar. Einmal Nudeln. Einmal Öl. Kaufen wir auch Wasserflaschen. Käse jetzt noch nicht. Schwarzen Kaffee. Schwarzen Tee. Ich hab keine Kohle. Sehe ich gerade. Okay. Dann bleibt das erstmal... Also das Öl brauchen wir. Und die Nudeln. Ja. Dann machen wir erstmal den Rest wieder weg. So. Okay. Kaufen. Zack. So. Währenddessen können wir den Laden ja öffnen. Würde ich mal. So. Das ist das Öl. Und das ging so. Und... Aha. Für eine ist kein Platz. Natürlich doof, dass wir das da hinstellen. Aber das geht jetzt so. Und da sind die guten Nudeln. Und dann oben noch ein paar. Ah. Und dann kann die Kiste... Zack. Was geht ab, Meister? Kommst du kaufen? Dicht. Hm. Auf dem Regal doch einen Kühlschrank. Würde ich gerne. Wir haben nur kein Geld. Weil das war teuer. Regal. Kühlschrank. Hey. Guten Tag. Kommen Sie rein. Gucken Sie raus. Ah. Ne, Mann. Das gute Zeug hier. Jawohl. Kohle wollen Sie bezahlen. 0, 0, 0, 0. Okay. Tschüss. Moin. Guten Tag. Der ist nicht so teuer. Na gut. Ja. Mit Karte kriegen wir hin. 21 glatt. Zack. Tschüssi. Hallo. Was war denn? So. Neun. Tschüss. Oh. Voice Crack. Okay. Lasst mich hier wieder raus. Okay. So. Da wir jetzt ein Platz für Öl haben. Öl ja auch mal da wieder reintun. Zack. Oh. Guten Tag. Mehl ist voll. Da wird ja... Ist denn das Öl so teuer oder was? Äh. Das Suso. Dann machen wir halt... Ja komm. 4. 4,50. Damit kann ich auch noch leben. Jo. Ich bin schon da. Zack. Dankeschön. Und 15. O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O. 50. Zack. Moin. Weiter geht's hier. Du mülst mit Katte. Einen Dollar kriegst du zurück. Kannst du haben. Danke, tschüss. Dankeschön. Was sollst du haben? Auch einen Dollar. Danke, tschüss. War es schon wieder? Oh. Das ist doch gut. So, Mehl hätte ich ja... Ach, das Toastbrot fehlt. Das könnte ich noch schneller kaufen. Hallo, guten Tag. Toastbrot. Zack. Bin schon da. Dankeschön. Was kriegst du wieder? Nix. Moin, moin. Weiter geht's. Katte, geht klar. Du hast genau einen Zehner glatt. Dann kriegst du auch deinen Zehner. Auch mit Karte. Manometer. Heute ist echt Kartentag. Zwölf, null, null. Tschüss. Nudeln haben wir ja noch genug. Die sind echt geil aufs Öl, Alter. Das lohnt sich gar nicht. Mit Karte. Fünf Dollar. Ja. Gut. Dann kann ich ja jetzt endlich mal das Toastbrot hier einsortieren. Komm, dat hin, da. Oh, dieses Susu ist auch alle. Steht sofort los. Ich bin schon da. Zack. Danke. Drei Dollar und fünfzig. Zack. Ah, tut mir leid. Ist der Kaffee alle? Ah, naja. Aber dieses Susu, die wollen ja unbedingt immer dieses Susu. Mal gleich gucken. Zack. Bin schon da. Du kriegst genau 50 Cent zurück. Adios. Guten Tag. Dankeschön. Mit Karte. Vier Dollar. Ich finde mal, das lohnt sich nicht. So kleine Beträge mit Karte. So, wir brauchen jetzt nicht die Nudeln. Aber dieses Susu-Zeugs, das ist echt ein Renner hier. Kaufe ich das gleich zweimal. Toll. Und kaufen. Der Kaffee war mir noch zu teuer. Wir müssen noch mal gucken. Aber den wollen die bestimmt. Irgendwann. Kann ich auf den. Na oben. Jupp. Guide los. Bin schon auf dem Weg. Zack. Da kriegst du wieder nix. Perfekt. Oh, da ist schon der nächste. Wollte ja gar nicht aufstehen. Das war es schon. Okay. Äh, 15. Adios. Guten Tag. Auch mit Karte. Alles immer mit Karte. 15,00. Ah. Noch. Noch einer. Aber jetzt mal zack, zack hier. Wir haben noch Arbeit zu tun. Ja, schön. Danke. 5,50. 5,50. Adios. Und guten Tag. Dann können wir den Rest Susu da mal reinhauen. Zack. Und. Zack, 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 zack. So. Bin sofort da. Ich mach mal Licht an. Ah. Ah. Voll. Auf die Karte. Kann losgehen. Äh, adios. Komm der nächste. Hier ist ein Renner. Auch, heute. So. Zack. Äh. Also, 50. 70. 80. 89. 86. 87. 88. 89. Danke. Tschüss. Dankeschön. Auf Karte. 21. 0. Und tschüss. Ja, okay. Den Kaffee wollen die unbedingt haben. Und die Nudeln sind schon alle. So, dann. An her. So, jetzt gibt das. 1, 2, 3. 50. Wieder. Und tschüss. Nur das. Alles klar. 12. 10. 11. 12. Und ein 50er. Tschüss. Ja, ich bestell jetzt ja den Kaffee. So, der schwarze Kaffee. Da machen wir gleich zwei rein, glaube ich. Und. Den. Und einmal den Tee. So. Ach, nach 21 Uhr. Das ist ja scheiße. Na, guten Tag. Einmal. Dankeschön. Und 5 Dollar. Und tschüssi. Bralle Milch. Ja, Milch können wir erst kaufen, wenn wir einen Kühlschrank haben. Das geht dann auch los. Äh, ich wollte aber auch noch Wasserflaschen. Und die Eier nehme ich nicht mit. Okay. Kostet dann jetzt hier der gute alte, äh, schöne Kühlschrank. So ein kleiner Kühlschrank kostet genau 200 Dollar. Das heißt, wir sind bei 379 Dollar dann. Okay. Machen wir jetzt hier für heute Schluss. Zack. Befriedene Kunden 16. Produkt nicht gefunden 6. Fanden die Produkte zu teuer 2. Wenig Wechselgeld. Immerhin keiner. Das heißt, 187 plus haben wir gemacht. Das ist schon mal nicht schlecht. Zack. Aber erstmal musste ich eigentlich... Den Kühlschrank machen wir erstmal raus. Zack. Wir brauchen erstmal unsere Produkte hier. Okay. Wasserflaschis. Die tun wir mal hier mit hin. Muss echt... Tritsch. Okay. Zack. Den halt noch nicht. Ist ja blöd. So, jetzt machen wir einen schwarzen Tee. Der kommt hier hin. Was ist das denn? Kühlschrank muss, ne? Ja, gut. Wieder was gelernt. Zack. Äh, wartet. So, der kostet 5,78. Machen wir 4,50. Ah, das ist ein bisschen wenig Gewinn, ne? Dann machen wir... Wenn der 5,78 kostet. 6 Dollar. Ein bisschen Gewinn müssen wir ja machen. Das geht nicht anders. So, Kaffee. Zack. Dann haben wir noch einen Kaffee in der Hinterhand gleich. Alter, 6,80. Marktpreis ist 10. Oho. Müssen wir ja schon bald 12 Dollar machen. 12. Bisschen Gewinn müssen wir ja auch machen, würde ich mal sagen. So. Kommt der Kaffee auch da hin? Ah, guten Tag. Uns fehlt jetzt noch Nudeln. Mehl können wir auch mal auffüllen hier. Okay. Kommt wieder oben auf. Jetzt fehlen uns hier Nudeln. Nudeln gehen gut ab, würde ich mal sagen. Also wirklich. Produkte. Auch gleich wieder 2. Bisschen Kohle haben wir ja noch. Oh. Oh, oh, oh. Jopp. Geht los. Guten Tag. Danke. Was gibt's wieder? 50 Cent. Und tschö. Oh, und Öl ist auch alle. Müssen wir auch gleich mal gucken. 18, 50. Zack. Adios. Moin, moin. Dankeschön. 13. Nee, die 1 wollte er nicht. 13. Jopp. Ja, Eier kommen auch noch. Keine Sorge. Aber ich mach jetzt erstmal die Nudeln voll. Zack. Und zack. Weg damit. Schön. Auch erledigt. Dann brauchen wir gleich nochmal Öl. Zack. Und du kriegst 3 Dollar wieder. 1, 2, 3. Üüü. Moin. Was will er denn? Oh, Brot. Okay. Alter, 45. 20, 40. Und 1, 2, 3, 4. 50. Tschüss. Ja, haha. Alles da. Warte. Wunderschön. 10 Dollar. 50. Zack. Tschüss. Konnte. Ja, das kommt alles noch, Leute. Das kommt alles. Ich hab nur noch keine Kohle. Ihr müsst erstmal einkaufen hier. Genau den 20. Na, da gibt's eigentlich fast einen Schnaps drauf, wa? Ticko-Pick-Müsli ist zu teuer für mich. Ja, dann ist das so. Zack. Dollar. Ach so. Perfekt. Tschüss. Moin. Was hast du dir denn für Bräune ins Gesicht? Ja, ja, ja. Äh. Null. Okay, tschüss. Ja, das Öl ist alle. Ich komm bloß grad nicht dazu, leider. Kaufen wir hier den Laden leer. So, 24 Dollars. Zack. Ja, den Käse, den gibt's noch. Alter. Vielleicht zweimal Brot. Dankeschön. Jetzt kriegst du 8 Dollar wieder. 5, 6, 7, 8. Dankeschön. Kaufe ich das Öl schnell, wo hier die nächsten Kunden kommen. Das Öl geht so gut ab. Da können wir eigentlich gleich mal zwei von kaufen. So. Moin, moin. Wunderbar. Mal hin schon einmal. Und du kriegst wieder 1 Dollar. Danke, tschüss. Oh, das Brot ist alle. Müssen wir gleich nochmal kaufen. Kaffee, ja. Vielleicht zwei. Ich bin doch da. Zack. Und du kriegst nichts wieder. Okay, tschüssi. Da brauch ich Brot. Kaufen. Moin, moin. Woll. 20 Dollars. Welcher? Oh, 20, 50. 50. Tschüss. Ja, Milch kommt jetzt auch. So. Oh Gott. 50, 60, 70. 70, 76, 77, 78, 79, 79. Danke, tschüss. Hm? Karte. 34. Wunderschön. Juhu. Haben wir das alles schon gekauft? Was ist das Brot? Ach, Meister. Stehst du im Weg hier? Ja, geht los. Kommt hier fast ins Schwitzen, ey. 0, 0, 0. Nee. 20, 40. 46. Zack. Und tschüss. Ah, dann kommt man ran hier. Zack. Wunderbar. Ach, 20, 30, 35, 36. Danke, tschüss. Einmal. Okay. 3, Dollar, 50. Zack. Adios. Moin, moin. So, dann gibt das nix wieder. Danke, tschüss. Einmal Licht an. Ich drehe die Leute hier ja gar nichts. Dann mache ich erstmal das Öl auch noch hier hin. Wunderschön. So. Okay. Das ist sehr schön. Jetzt kaufe ich noch. Verkaufe ich noch erstmal. Alter, wir brauchen echt bald mal einen, der das irgendwie mal hier kassiert. Sonst kommen wir gar nicht mehr voran. Tschüss. Vollme Karte. 15,50 Dollar. Bauen sie rein. Gut. Jetzt könnten wir eigentlich schnell mal gucken, dass wir hier einen kleinen Kühlschrank kaufen können. Dann müssen wir nochmal gucken, was wir denn alles brauchen. Also hier ist einmal das Müsli, brauchen wir zweimal. Kaffee könnte auch nicht schaden. Okay. Machen wir aber gleich. Moin, moin. Mit Karte geht los. Und 16,50 Dollar. Zack. Und tschüss. Ah, die blöden Bio-Eier. Das kommt jetzt alles. Keine Sorge. 11,50 Dollar. Und danke und tschüss. Wir wollen mit Geld. 20,30,36,36,36,38. Danke, tschüss. Ach, ihr und eure blöden Eier immer. Ja. So. Hopp. Ah, junge Frau. Was sollen wir denn haben? Wie gut, das Mehl ist jetzt gleich alle. Karte, geht los. 20 Dollar ganz klar. Okay. Das heißt, wir machen jetzt erstmal das Mehl hier voll. Zack. Ah, ist voll. Das erste war das jetzt. Zack. Okay. Dann fehlt uns jetzt dieses blöde Müsli. Mal sehen, dass wir das alles hinkriegen. Müsli. Zwei Kartons. Okay. Ups, jetzt habe ich es weggemacht. Kaffee ist ziemlich nah am Abgrund. Das brauchen wir auch. Und zwar, da nehmen wir aber nur eine. Ja, Kaffee. Ansonsten würde ich sagen, dass das erstmal... Ah, so ein Susu noch einmal. Ja. Oder... Ach, was sind jetzt? Zwei. Okay. Zwei verkaufen wir ja doch wieder. Ah, und wir beenden wieder mal den Tag. Produkte nicht gefunden. 13 fallen die Produkte zu. Oh ja, okay. Wir haben gut... Wir haben gut reingenommen. Ah, ein neuer Tag. So. Kaufen. Ein bisschen Kohle haben wir jetzt noch über. Hey. Ein paar Kühlschranken. Ich ballere ich an die... An die Ecke, würde ich sagen. Das ist doch gut so. Na schön, dann können die Flaschen jetzt... Geil. Geilomatik. So. Susu machen. Okay. Und? Das gefällt mir. Ach, ich habe nochmal Susu bestellt. Ist das aber nicht so schlimm? Ne, jetzt voll, ja. Ist natürlich doof, dass wir es jetzt so oben und da gangen. Aber... Das soll jetzt eigentlich gar nicht mal so stören. Aber alles da. Shonky-Ponky. Zack. Damit. Und dann machen wir hier auch nochmal Shonky-Ponky. Erledigt. Heck damit. So, das heißt... Jetzt müssen wir nur noch das Wasser. Aktueller Meistpreis. Dann machen wir hier genau 3 Dollar. Dann kriegen wir 2 Dollar. Ja. Ist in Ordnung. Geschafft. Unser Ladenwert. Auch noch ein Screenshot. Und ich würde sagen, Leute... Machen wir in der nächsten Folge weiter. Seht ja... Seht ja... Ja. Ich speichere auch schon mal. Genau. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Lasst doch mal ein Abo, Daumen da, wenn ihr mögt. Müsst ihr natürlich nicht. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. ja... Ja.